jo leute und ein allerherziges willkommen zur neuen runde player notes battlegrounds mit der lyra hallo ich verbrüht gerade allerdings heißt die lyra nicht mehr lyra denn sie heißt anders ja weil sie halt auf einem anderen account spielt auf meinem richtigen account jetzt also das war da wo ich markiert habe okay ich wollte sowieso okay dann würde ich sagen sobald es geht springen wir es ist egal ich muss erst mal meine lautstärke wiederfinden denn wenn ich fliege ist das ein bisschen laut durch die kopfhörer so dann überlege ich also wir fliegen jetzt so ich fliege so weit wie möglich dann lass doch erstmal zu schelder oder mülter gehen und nicht direkt zum mültertower weil da werden doch eh alle hingehen ich weiß aber wir gehen irgendwo an den rand zum mülterpower dass wir da auch loot bekommen dann lass direkt da hier bei den häusern hier vorne an der straße also jetzt rechts von links von dir meine ich naja ich gehe so weit wie möglich ein ahne es hat ausgelöst genau dann lass lass da links die häusern leicht gehen ich land direkt da vorne ja warte ich land auch hier auf boden und dann wir müssen aber aufpassen und so ich bin direkt vor der haustür ne ja ich bin auch gelandet warte kurz dann gehst du dann gehe ich weiter rechts ich hab ne akm sehr nice akm immer mitnehmen ich hoffe ich hab nicht so leuchte lechse weil zurzeit hab ich ne mann also hab ich leuchte lechse ich hab nur ne das brauch ich alles nicht so direkt beim ditches ich hab ne armbrust soll ich die mitnehmen ja ne ja ja also als erste waffe weil die halt wie gesagt eventuell one shotten kann ich hab auch ne mad kit nur ne pistel und einen ein rucksack erstmal so ich hab zweimal ne 9 mm pistel und ja gut ich hab noch zwei pistels hast du irgendwas ja ich hab ne armbrust und ne akm ja sehr nice ich hab auch noch akm moni die kann ich dir geben ich würd sagen in den häusern ok was brauchst denn du für moni also ich brauch ich hab noch zweimal neun millimeter pistels also ich würd dann also neun millimeter kann ich dir auch geben ja wir müssen eh laufen dann lass polschinki was jetzt genau zu den roten häusern ja polschinki wir müssen wir richtig action haben am anfang also da werden wir zwar garantiert sterben aber da gibt es am anfang richtig baller baller dann müssen wir polschinki gehen das ist nämlich die stadt wo es baller baller wie sonst was gibt oh ein holo warte neun kurz mit polizei wärst du und ahja keine kampusse also wie gesagt ich würde also du musst die nicht mitnehmen aber ich nehme allgemein immer sowas wie blend und splittergranaten mit könnte äh ich hab ne schrot erstmal ja die macht am anfang relativ viel damage rucksack level 2 sehr nice nimm mit aber ansonsten hab ich nix hä warum ist die pistel nicht nachgeladen ja das ist gut die pistel war nicht nachgeladen keine ahnung warum ähm ich geh bloß nochmal kurz hoch ähm wir werden jetzt in mülter äh ich würd erstmal hingehen ok und ok also hier sind nochmal zwei energy tools ja ich guck schonmal ein holographisches visier also wenn du was brauchst und sag naja ich bin schonmal kurz ein bisschen weiter warte einfach in deckung da hinten sind welche wo Richtung ähm wie hättest du eigentlich klar 345 äh bei dir direkt neben dir neben dir wo ah hey scheiße ich bin abgeschossen ja ich seh kaum komm du so inner ist der andere dude weiß ich nicht seh die kaum ich hab oh ballerst du? ja ahja ich seh ihn hast du ihn nockt? ja du hast ihn nockt ok sehr geil ok jetzt big hills sehr nice oh geil ich hab ne ump ok dann nehm ich die mit ok was brauchst du für äh hier ist nur ne m416 ja ja nehm ich mit oder soll ich die mitnehmen weil da tausche ich die gegen die armbrust ja ja nehm du die mit so ok ja gut dann direkt easy kill mach ich erst meine to mir leckt das übelste nehm ich kaum so gut das musst du zu machen ok ähm dann lass Richtung border gehen würde ich sagen also wir müssen sowieso in border rein ja also wir müssen hier von milder power dringend weg dann lass ich lauf schon ich suche ein auto ich geh ah hier ist ein motorrad glaube ich oder? ja ein motorrad ab 1 warte ich komm dich abholen ok so warte bin da steig ein ok wir fahren erstmal runde wir haben zwar noch 1 minute zeit aber ja lass lieber trotzdem vielleicht mal ein ach du wow alter junge die mal fahren kann ja diese hookers die sind extrem ja komisch ja ach du wollen wir noch hier schnell looten oder one minute ich würd sagen wir haben da noch genug möglichkeiten zum looten vor allem können wir gegner looten und so dann lass dann wenn wir dann dort sind ich hab zwar nur bandages lass erstmal direkt zur farm gehen weil da sind wir direkt ähm ähm dings an der ja Achtung ich war ja kurz durch den ort durch hier könnten natürlich immer leute sein wir haben noch 900 meter sobald wir oh fuck fahr mal jetzt fahr ich mal ok sorry warte kurz ähm fahr einfach rein so so dort wo ich markiert hab ungefähr genau alter läuft das gut warte kurz dann äh 700 meter noch bis zur border dann fahr einfach kurz rein und genau hier würde ich stopp machen und reinlaufen oder ja warte ich fahr nur ein stück ein bisschen hin halt hier direkt neben dem haus oder in der ok dann sag wenn ich aussteigen kann jetzt ok sehr nice dieses auto ist zwar so auffällig aber gut äh ne 2er weste hab ich hier also da liegt doch ne 1er weste jetzt für dich ähm falls du noch keine hattest sag immer was für ein helm und so polizeiweste level 1 also was für ein helm und was für ne brauchst du neun millimeter ja ja äh da liegt jetzt wie immer hier liegt ein holo und ich hab auch ein 2er helm also wenn du keine ahnung sag brauchst du irgendwie ne weste oder n warte warte ich hab ja bräuchte ich weil ohne helm bist du halt sehr anfällig was headshots angeht ok ich guck mal kurz ähm die border kommt doch schon ich würd einfach mal ok also raus jetzt ah warte kurz ich lauf lauf nur 1 moment ich glaub ich pfeif mehr nein ich pfeif mal kurz ein energy drink komm jetzt die border kommt ja ja also die kommt lang guck das ist die erste border die dauert sehr lange und die macht doch keinen schaden erst die letzten borders die machen schaden die macht eigentlich da kannst du sehr lange drin überleben ohne schaden zu bekommen ähm ich bin nur kurz hier in dem haus also vor allem wir haben nur noch paar meters also bis wir drin sind also ja stimmt ich hab hier noch ne m16 die m16 ist übrigens die bessere es gibt zwar ne es gibt ne m4 und ne m16 und die m16 ist auch besser die mit der höheren zahl hier liegt noch ne 2er weste wenn du zu mir hochkommen magst ich seh auch ein flugzeug richtung nw ja ich sehs äh ich würd sagen ich hol mal kurz das motorrad ok äh geh ich mir noch schnell die weste holen ja die weste liegt oben auf dem balkon so ich hab zwar äh was für muni brauchen deine waffen ähm einmal 7 und einmal 5 äh schotz von ich seh von ist tot sehr nass also nocht ja warte ich geb der klamm die 5 5 äh wo ist der typ die 7 warte ja sehr nass one kill ach ich sag mal wo war denn der ach hier liegt ne ach bei dir dort ich sag ich sag ist gar mit ist gar oder was ist besser ähm nimmst du da ähm was hast du denn für ne m war für ne m16 oder ne ich hab ne m Achtung, Shots von rechts? Ja. Ah, du hast einen Seiners. Hm, Kopfschuss. Ich würde mich eigentlich immer hinlegen, wenn du was lootest, ne? Kommst du besser. Ja, kann auch sein. Ah, hier liegt nochmal ein UMP. Okay, dann nehme ich die UMP als Hauptwaffe. Nimmst du die UMP? Also ich habe eine M416 und eine AKM. M416? Dann nehmen wir die M16 mit. Die ist besser. Wo sind die? An welche soll ich rauswerfen? An der Leiche. Statt der M4 die M16 mitnehmen. Anstatt der M4... Okay. Und ich dropp dir auch AKM Muni, 30 Stück. Liegt da, okay? Okay, also nehme ich die M... Genau, Serna. Ähm, wir sollten jetzt doch dringend weiter. Oh fuck, boah, oh ja, die ist direkt hinter uns. Warte. Ähm, ich hole das Motorrad, okay? Oh ja. Wir haben jetzt so lange Zeit hier leicht verblempert. Ähm, ich habe zwar nicht viel Ska-Muni, aber... Hey, lass doch einfach reinlaufen. Ich meine, das ist nicht mehr weit. Ach ja, aber wir sollten eh dann demnächst weiter fahren. Ach so, du bist hinter mir. Ja, ich sitze drauf. Okay. Okay, ich... Ich seh... Also... Ich seh das kaum. So. Dann... Äh, fahren wir rein. Es läuft doch schon sehr, sehr nice, Leute. Es sind noch 55 Leute da. Äh, Shots? Irgendwo? Ich kann aber nicht sehen, woher. Was? Also... Ich hab Shots gehört, aber ich hab die nicht auf der Karte gesehen. Ich auch nicht. Äh, lass hier zu... Oh, ich weiß nur noch 10 Prozent. Weil ich hörte erst mal reinfahren oder so. Ja, aber auch im letzten nicht schon gewinnt. Weil mein Spiel dann immer laggt. Oh, fuck. Muss ich mal kurz decken, falls wir jetzt angeschissen werden. Ähm... Hier ist auch Red Zone. Hallo. Hier ist ein anderes Auto. Lass das nehmen. Kannst du mal kurz decken? Naja. Komm. Äh, lass das Auto nehmen. Aber Achtung, wir sind hier in Red Zone. Na, an der Grenze. Ja, bis die kommt. So. Ich hab auch ein Benzinkanister zur... Oh, fuck. Es schlägt schon ein. Und die Border kommt immer näher. Ich weiß, aber wir sind ja drin. Fahr einfach. Ja, ja? Die werden uns schon nicht... Äh, du fährst in die falsche Richtung. Ich weiß. Aber die Border ist... Wir sind ja eh schon drin. Ach so. Deswegen können wir überlegen, wo wir jetzt nächstes hingehen. Ich würd sagen Poshinki. Ja, dann... Halt richtig, genau. Oh, 1000 Meter. Deswegen mal ein bisschen weiterfahren. Lass auf den Berg gehen. Oder so. Musst du... Ja. Ich hab mal markiert. Und... Fahr jetzt einfach mal. eine Weile. Und ich würd jetzt auf die... Okay, ist so... Ein bisschen gehen. Wo ist der? Zwei? Und ich? Ist ein? Ich hab drei. Drei? Ah, sehr gut. Ja, stimmt ja. Stimmt ja. Wir haben bis jetzt zwei Leute begegnet. Äh, zwei Teams meine ich. Und dann läuft es. Ich bin eigentlich mit dem Boot noch nicht so oft gefahren, sondern relativ selten fahr ich eigentlich mal mit dem Boot. Aber ja gut. Ich fahr... Einfach die Straße. Werden jetzt glaube ich Poshinki sein, oder? Du bist schon dran vorbeigefahren. Stimmt, dann fahr ich einfach weiter. Hier sieht gut aus. Hier ist grad freies Feld. Können wir auch unter das Next Border. Achtung, manchmal hab ich ein paar Autolags. Hm, ich mag schon. So, wir sind drinnen wieder. Ich würd sagen, wir gehen auf den Berg und gucken mal. Aber wir sollten dann wegen Next Border und so... Die geht in zwei Minuten los. Das heißt, wir sollten dann wieder Seiten laufen. Ich würd jetzt auch auf den Airdrop oder so gehen. Hm. Also wenn du ein Flugzeug siehst, hörst, was auch immer. Dann sag mal Bescheid. Warte kurz noch nicht aussteigen. Guck mal, ich würd jetzt sagen, wir fahren noch weiter. Ja. Wir können ja noch fahren. Damit wir die ersten in der Zone oder halt... Ja. Wie auch immer. Die schrumpft ja immer weiter. Und dass wir... Sozusagen vielleicht ein bisschen Vorsprung erlangen können. Damit wir... Denn es gab auch Folgen da... Keine Ahnung, da war die Zone schneller als ich. Und dann bin ich an der gestorben. Es gibt... Ja, du passt aber grad wieder in die Zone... Aus der Zone hinaus. Achso, oh. Du musst... Du musst... Ja. Achso, hier ist Stress. Genau. Das heißt, ich fahr den jetzt einfach... Ah, wir sind jetzt eigentlich schon relativ weit gefahren. Da ist einer! Fein um! Fein um! Fein um! Hey, der war instant tot. Der hatte keinen mehr. Ja, das ist gut. Dann loot'n kurz. Loot! 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 Loot, loot, loot! So, dann guck ich erstmal kurz aufsätze. Beide holo. Dann nehm ich auf Umpedes. Ähm, ich würd gerne einen Zweier finden oder so. Zweier Visier. Und was denn noch Vierer? Also... Ähm... Zweier Mal? Mal gucken. Ich würd gerne auf den großen Berg drauf gehen. Achtung, da ist ein Flugzeug. Kannst du irgendwo einen Airdrop sehen? Hier ist eigentlich eine gute Stelle. Warte! Bleib, bleib, bleib! Snipen. Bleib stehen. Schalt mal hier an. Achtung, es kommt auch direkt. Hier ist, hier ist gut. Hier sind wir nämlich, äh, wo es geflutet ist. Ich würd mich hier hinlegen, okay? Ich hab mich hier hingelegt. Ich beobachte das Flugzeug. Ähm... Ja, das heißt, ich würd dann... Direkt da drüben. Ah ja, lass da hinfahren. Da können halt was Gutes drin sein, was sehr Gutes. Ähm, hast du mal geguckt, wie's hier runter geht? Geht's hier steil runter? Nee, fahr einfach. Fahr einfach. Passt schon. Passt. Ach so. Okay, ja. So war das mein... Komm, beeil dich, weil... Da ist dann vielleicht noch echt in der Nähe. Ah ja. Der ist sehr gut in der Nähe. Da wird's jetzt Rambazamba geben. Das heißt, bitte aufpassen. Da werden jetzt überall sein. Die werden halt alle dahin gehen. Was auch immer eigentlich ein guter Ort ist, um einen Case zu machen. Muss ich sagen. Oder halt, um selber zu verrecken. Äh, hier... Stopp! Der ist gleich hier. Jaja, es sind auch Häuser. Achtung, da könnte auch in den Häusern könnte wer drin sein. Komm, fein. Fein. Okay, ja, warte, ich fahr noch hin. Fahr hin. Speedboost! Speedboost! Boost! Achtung, da ist ein Anfahrwagen. Stopp! Nein, da ist aber bestimmt keiner drin. Warte, guck mal, erst was für eine Waffe drin ist. Na, AWM, darf ich die nehmen? Ja, klar nehmen. So, AWM, sehr geil. Äh, du kannst dir die Ska oder sowas nehmen. Ist hier noch was drin? Jetzt pass auf, ich will wieder in Deckung gehen. Ich hab da nichts weiter drin gesehen. Ne, ich auch nicht. Dann komm wieder zurück oder so. Was, äh, AWM ist die sehr gut. AWM ist ein Sniper. Ja, damit machst du, ähm, kannst du halt Headshotten. So, dann lass, ähm, zum Hospital fahren. Genau, warte. Wir warten hier in den Häusern, gehen aufs Dach und gucken, ob da Leute sind, okay? Ja, das find ich gut. Hier in das Haus. So, das heißt, ich muss jetzt aber mit O und P für Schnellschuss schießen. Ja, wenn wir beide versuchen, die zu öffnen, dann tut einer die öffnen und eine wieder schließen. Öffne mal. So. Ups, sorry, komm, komm wieder mit rein. Alter, warum bin ich jetzt wieder draußen? Ähm, ich hab hier noch, du brauchst, brauchst du 5, 5, 6er? Ähm, wo bist du? Äh, ganz oben. Komm einfach nach oben. Wir kommen aufs Dach. Alter. Kommst du klar? Nee. Das packt mich dauernd wieder zurück. Oh ja, ich hab auch gerade einen echt niedrigen Ping. Komm aufs Dach. Ich hab halt kein Visier, ist das? Ich tu Südosten gucken. Hm? Ah doch, ich hab einen Vierfach. Äh, brauchst du 5, 5, 6? Jo. Ich hör wen. Da, direkt bei dir. Von wo? Ah, von rechts. Warte, ich spring dann runter, wenn der kommt. Du darfst ums Haus drücken? Rechts, genau von SW ungefähr. Ah, ich kann ihn sehen. Oh fuck. Oh, hab ihn, Alter. Der hat mich leicht gedamaged. Ich wollte gerade runterkommen. Pass auf. Ja, du kannst oben bleiben. Bitte halt kurz. Da ist nur ne AKM. Ich nehm die 9 mit. Dann geh ich wieder hoch. Nimm die 662 mit. Ne, äh, mach du jetzt mal. Nimm du die mal mit. Ich geh wieder hoch. Naja. Schnell wieder hoch. Äh, das war aber ein geiles Manöver, muss ich sagen. Das war taktisch, taktisch schlau. Boah, Alter. Ich hasse euch. Ich spiel nicht wieder, wenn ich lade. GG. Ach du mich. Lade, glaub ich, noch nicht. Bist du das? Ich hab dich mal. Auto? Oh, rechts, rechts. Shots. Shots. Ah, ich sehe im Auto. Ah, nein. Baller in die Führerkabine. In die Führerkabine ballern. Ja, sehr gut. Einer knockt. Ich muss nachladen. Ja. Sehr geil, sehr geil. Hast du ihn getötet? Äh, nein, du hast beide. Aber du bist fast tot. Heal dich, ich boost mich auch mal kurz. Ähm, ich weiß nicht, ich hab nichts mit. Wozu Energydrinks. Brauchst du was zum Boosten? Äh, ich hab bloß Energydrinks. Ich hör was. Steps. Hast du noch was? Dann zum Healen? Jaja, klar. Das Unneuer. Das Unneuer. Hier. Er steps genau von vorne. Da unten. Wo? Da? Ah, ja. Lass ihn erstmal rumkommen. Warte, ich springe. Oh ja, da. Hast du ihn? Hab ihn. Achtung, es könnte aber noch sein Maid irgendwo sein. Ähm, Louis, hast du mal was zum Heilen? Äh, wenn du kurz mit runterkommst, ja. Dreier Helm, sehr geil. Und ein Zweibachvisier. Ähm, ja, kommst du hochkommen, da bin ich sicher, aber ich hab überhaupt kein Leben mehr. Oh, da hinten ist noch einer. Wo? Okay, ich kann nichts mehr aufsammeln. Da hinten bei, äh, Osten. Osten, wo ist ein A? Achso, eh. Hm? Da war grad irgendein Typ. Ähm, ja, ich hab auch ein Zweibachvisier, aber warte kurz. Ich komm erst mal wieder kurz hoch. Alter, warum leckt das so? Ich geb dir, ähm, Bandages und... Boah, da wirst du mich verarschen. Ähm, ich dropp dir das hier, okay? Warte kurz, ich hab Legs. Was? Es tötet. Oh, der ist weit weg. Er liegt hier und... Ähm, was liegt da? Da, hier, hier liegt zweimal hier. Danke. Alter, ich bin so hart am Ende. Warte, wenn das nicht so lecken würde, das ist scheiße. Naja, eigentlich ist, ist, wir sind ja auf Europa, die Ping ist gut. Ah doch. So. Alter geil, guck dir die Zone an! Was? Guck dir die Zone an! Guck mal auf Minimap, wo die Zone ist. Äh, wir sind am Arsch, würde ich sagen. Nee, guck doch mal! Wir sind direkt drin! Naja, ist gut. Noch? Warte, wenn ich hier hingehe, bin ich da draußen? Nee, da müsste ich da... Pass immer auf deine Ladung auf. Ähm, mit Energydrinks kannst du dich wieder auf 100% hoch gehen. Weißt du was? Ich hab das noch eben. Ich gern machen würde, die Border ist jetzt so klein, wir sind Top 10. Ich würde... Wir sind nur noch 11 am Leben. An den Strand oder so gehen oder in ein Haus. Ähm, ja, überleg mal, wenn die Border... Die Border ist mir zu klein eigentlich. Da sind aber noch Häuser. Ich würde in das Haus gehen. Ey, tu mal... Ja, genau. Was du gerade analysiert hast. Also da hinten, ne? Das ist nicht weit zu unserer Marke. Das ist 200 Meter bis zur Marke. Da drüben die. Pst. Pst. Ach so, ist... Eine Minute bis zum nächsten, das gewinnen wir Top 10. Ich würde jetzt einfach gehen. One Minted von Next Border. Lass noch mal kurz gucken, ob irgendwo jemand ist. Ne, bei 30 Sekunden oder so. Ich booste mich mal kurz noch. Ich nehm nochmal einen Energy Drink. Es könnte ja von hinten immer noch was kommen. Ich seh die. Oh ja. Guck mal, weil da ist die Border so klein auf der Karte. Guckst du? Da ist klein und hier vom Hospital. Überall könnten da noch Leute kommen. Da kommen so viele, weil die Border da noch so groß ist. Ich hab auch vier Schmerzmittel und sechs First Aids. Hast du First Aid? Ich hab Bandage... Was? Hast du einen First... Nee, hab ich nicht. Ich hab bloß Bandagen. Dann geb ich dir mal einen First Aid. Soll ich dir... Hast du noch Bandagen? Ich hab noch neun. Ne, ich brauch keine. Warte kurz. Ich geb dir teilweise... Ablegen. Dass dich heilen kann. Das tut dich auf 75 wieder hochheilen. Danke. Ich guck mal kurz mit Sniper, okay? Mhm. Also... Ja. Shots... Rechts? Oh ja, sehr viele Shots. Von links sind die größer. Ähm... Konzentrier uns... Da unten. Oh ja. Hab ihn, hab ihn. Der war instant... Nee, du hast ihn. Nee, ich hab ihn. Der war instant tot. Achtung, nochmal von... Ah ja, von 345 ungefähr. Oh ja, ich seh. Wo ist der Dude? Ich hab den. Der war instant down. Ja, ist tot. Äh, nochmal von rechts. Von Berg, von Berg irgendwo. Von 15 oder so. Achtung, die Border kommt doch jetzt. Die drängt die. Ähm, lass laufen, lass laufen. Ja, wir sind noch drinnen, Louis. Wir sind noch drinnen. Stimmt, auch wieder. Wenn wir jetzt hinter gehen, wir sind noch drinnen. Ähm, hast... Wie viel Muni hast du noch? Ich würd dir gern 5, 5, 6 ergeben. Liegt hier nochmal. Warte, das wird knapp, das wird knapp. Liegt auch nochmal AKM. Huh. Da liegt auch nochmal eine AKM Muni ein bisschen. Wir haben alles mit. Umso mehr Muni, umso besser. Ich muss noch mal nachladen. Neun haben wir so. Ich geh erstmal ins nächste Haus. Eine AKM soll ich die mitnehmen? Ey, wir müssen rein in die Border. in einer Minute kommt. Ich bin runtergesprungen und... Achtung, Shots von... Von SE ungefähr. Ich glaub, ich seh da wen. Ähm, ich geh mal kurz am Baum. Achtung, jetzt ist... Jetzt kein Fehler mehr machen. Please, jetzt auf Wind spielen. Wo bist du? Am Baum hier. Ich schleuch mich hin, okay? Pass auf. Ich hab halt... Wir sind aber beide voll. Dann... Oh ja, die Border ist halt immer mehr am Wasser. Deswegen müssen wir da hin. Lass mal... Wollen wir das Auto nehmen? Ja, Louis, dann sind wir aber... Das ist zu auffällig und warte mal. Da sind wir aber nicht, glaub ich so. Warte, komm her. Da... Da war irgendwo ein Dude. Das... Der ist irgendwo... Da versteckt sich irgendwo. Na, ich glaub der ist hinter zu dem Ding dort gerannt. Wir sind halt auf freier Fläche, was die Scheiße ist. Ich... Ah, ich seh einen! Bei... Ja? Bei 165 ist einer. Ich versuch den zu headshotten. Ich bekomm den aber so nicht. Warte, ich geh kurz hinter dem Stein. Pass auf, der... Ich werd den... Will den haben. Kurz Aufsätze getauscht. 165? Äh, 210, 210. Ja, ich seh ihn. Da, auch weiter links noch einer. Neben den Heubern habt ihr ihn einmal getroffen. Wo? Äh, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Border kommt. Äh, lass einfach näher rangehen. Zu den Bäumen. Achtung, Border kommt jetzt. Du musst laufen. Achtung. Ah, da rechts weiter bei 240. Achtung, nicht... Oh fuck, wir müssen laufen. Instant laufen. Oh ja. Oh ja, die macht nicht. Ah, das ist scheiße. Wenn du bei ungefähr Hälfte oder einem Drittel bist, dann nimm mir First Aid. Ich nehm... Scheiße, die zieht immer mehr ab. Kacke. Ja, warte, ich nehm's jetzt. Ich nehm's jetzt. Nimm, nimm, nimm. Und dann sofort weiter rein. Ah, jetzt hab ich das schaffe, Louis. Oh scheiße, das war knapp, das war knapp, das war... Ah, schade. Scheiße. Louis, ich brauche deine Hilfe. Ich muss auch meine Nächstes nehmen. Ja, das überlebst du nicht. Ich muss... Louis, dann renn! Junge, Alter, wir können doch nicht sterben, wenn wir zu lang... Los, komm, Sprint! Schaffe ich, glaube ich, schaffe ich. Komm! Renn! Boah, ich hab's. Nein! Jetzt. Ich kann doch nicht zuschauen, doch jetzt. Alter, ob ich das schaffe mit GG. Nee, auf jeden Fall. Ich hätte... Das war traurig, sehr traurig. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich so sterbe. Ich hab halt jetzt ein Problem. Warum? Es sind nur noch drei Leute da. Oh ja, stimmt. Ja, Achtung, wenn die mich jetzt aber... ...halt... ...irgendwie erwischen oder so. Lass die doch gegeneinander selber kämpfen, in dieser Situation. Irgendwie schon. Mit Angst, dass die stimmt. Ähm, ich nutze jetzt alles aus. Ja... ...dass ich... ...dass ich... ...du mich so vollbusten. Okay. Schlechtig hochkommen. Ne, ne, ne. Warte, die Border kommt. Die müssen irgendwo vor mir sein. Ich hab Angst, dass die... Ne. Bleib einfach hinter dem Baum, Gui. Bleib einfach hinter dem Baum. Weil der Berg... Der hinter... Der, ähm... Oh ja, die können noch davon kommen. Lass die erstmal kommen. Die sind bestimmt noch hier in der Straße. Die sind noch, ähm... Lass die kommen. Du bist dort auf dem besten Weg. Ach so, wo ist denn die Straße überhaupt? Stimmt ja. Die ist nicht weit entfernt. Soll ich hoch zum Berg? Nein, nein, nein. Bleib einfach stehen. Weißt du, wie klein die Zone einfach ist? Deswegen ja. Die sind noch nicht in der Zone drin. Die sind noch, ähm... Zwischen blau und äh... Hier, blau und weiß. Die Zone ist vor allem... Die spielt gerade mit mir. Die ist genau bei mir. Genau deswegen ja. Bleib erstmal dort. Und die kommen dann eh über den Bergerand. Ja, aber wenn da muss ich halt reagieren. Dann musst du reagieren. Dann musst du so... Schnell du kannst. Aber denk dran. Die können von... Die können von beiden Seiten kommen. Ich bin nervös. Ich hab Angst, dass ich verkacke. Was ich garantiert tue. Weil... Die kommen auf mich zugestürmt. Ja. Nein. Die wissen aber nicht, dass du da bist. Ja. Trotzdem. Ich bin in der Border. Und das sind zwei Leute. Und wenn einer vom Berg kommt... Den guck einfach. Ich sehe einen, glaub ich. Wo? Mach nichts Falsches. Weil wenn die immer wissen, wo du bist, dann warst du es. Mhm. Gelegt mich einfach. Ich... Oh! Was hab ich alles? Ich hab auch Granaten. Junge, wie war das? Das war ne Granate. Ne, aber... Ja, wenn ihr... Oh fuck. Wenn die halt... Ich sehe das so auf der Karte. Einer ist dahinter. Soll ich mal mitwerfen? Mach aber auch so. Du triffst nicht das ja. Mach aber auch so. Du triffst nicht das ja. So, die Border wird jetzt immer kleiner. Die müssen jetzt irgendwo in den... Achtung jetzt. Kann man jetzt... Ich hab drei Helm, Schreierweste. Da. Boom. Direkt gegenüber von deinem Baum. Bleib... Bleib dort die... Komm, 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 komm. Schieß, schieß, schieß. Ich hab nix mehr zum Healen. Scheiß drauf jetzt. Schieß einfach. Komm, 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 komm. Hack den. Ja. Du hast ihn nur kampfunfähig. Das ist ein Team. Ich hab nix zum Healen. Ich bin halt so lowlife. Schaut den anderen. Wenn die beide... Kampfunfähig sind, dann... War's das? Soll ich pushen? Nee. Louis, die... Die werden sich gegenseitig wieder heilen. Stimmt. Auch wieder. Du musst die beide kampfunfähig machen, wenn... Aber... Riskiere nichts. Ich... Entdeckung der Rauchgranate. Du bist außerhalb der Border, ne? Also... Da, 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 da. Schieß, 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 schieß. Schott, Alter, los. Nein, bin ich tot. Schade, aber... Platz 2, ne? Schade, Alter, ich hab den... Alter, krass. Ah, der war... Das war... Scheiß Aim. Ich hätte mich hinlegen müssen, oder so. Ich hatte... Alter, der hat meine... Ah, schade. Naja, aber... Chichi, Alter. Das sind immer solche Momente. Du hast halt... Keine Ahnung. Zweiter. Teammate. Level 12. Notarzt. Ich hab Notarzt. Ich musste mich voll viel heilen, irgendwie. Ah, trotzdem. SSS trotzdem. Sehr nice. Und du bist ein Marathon-Man. 5 PS7. So, okay. Coole Runde, Leute. Ich hoffe, euch hat's ihr auf jeden Fall gefallen. Mit der lieben Lira. Ähm, jo. Hil endlich auf. Bu Joo. Beide. If we jestem approachable. denn man lag, so.